Schwarzburg-Sondershausen war ein Fürstentum in Thüringen. Das 1918 zum Freistaat Schwarzburg-Sondershausen wurde und 1920 im Land Thüringen aufging. Vorläufer des Fürstentums war die Grafschaft Schwarzburg-Sondershausen, die in gleichen Grenzen von 1599 bis 1697 existierte. Die Gesamtfläche des Fürstentums betrug 862,1 Quadratkilometer. Das Territorium war zerstückelt und gliederte sich in die Oberherrschaft, bestehend aus den räumlich getrennten Bezirken Arnstadt und Gären mit den beiden Enklaven Geschwender und Rockhausen, sowie die Unterherrschaft mit den Bezirken Ebeleben und Sondershausen, wo sich auch das Stammschloss Schloss Sondershausen befindet. Weitere wichtige Orte in der Oberherrschaft waren Masserberg, Großbreitenbach und Plaue sowie in der Unterherrschaft Kreußen und Klingern. Geschichte Die Geschichte des Fürstentums geht auf das Geschlecht der Grafen von Schwarzburg zurück, die erstmals im 11. Jahrhundert erwähnt wurden. Durch Erbteilungen und Erwerbungen veränderte die Grafschaft Schwarzburg bis zum 16. Jahrhundert häufig ihre Gestalt. Mit dem Stadt-Ilmer-Vertrag vom 21. November 1599 wurden die schwarzburgischen Territorien neu aufgeteilt. Es entstanden die beiden Grafschaften Schwarzburg-Sondershausen und Schwarzburg-Rudolstadt. Die Territorien waren Teil des Obersächsischen Reichskreises. Die beiden Grafschaften, späteren Fürstentümer und Freistaaten blieben bis 1920 im Wesentlichen unverändert. Johann Günther I. stiftete die Linie Schwarzburg-Sondershausen. Im Stadt-Ilmer-Vertrag vom 21. November 1599 teilten die Erben von Johann Günther mit Albrecht VII. von Schwarzburg-Rudolstadt die Schwarzburger Gebiete. In den Jahrzehnten nach 1599 gab es weiter Erbstreitigkeiten. So teilten im Jahre 1681 die Grafen Christian Wilhelm und Anton Günther II., die bis dahin gemeinsam regiert hatten, das Land in eine Sondershäuser und eine Arnstädter Linie. 1713 schlossen beide schwarzburgische Hauptlinien einen Familienvertrag, durch welchen die Primogenitur eingeführt und weitere Teilungen des Landes untersagt wurden. Zuvor waren beide Grafen in den Reichsfürstenstand erhoben und ihr Land zu einem unmittelbaren Reichsfürstentum erklärt worden. Kursachsen, das die Oberhoheit über Schwarzburg für sich in Anspruch nahm, gab in den Verträgen von 1699 und 1702 seine landesherrlichen Rechte gegen Geldentschädigung auf. Doch musste sich Schwarzburg 1719 zu einer jährlichen Zahlung von 7.000 Talern verpflichten. Für Arnstadt wurde 1731 dem Herzog von Sachsen-Weimar eine jährliche Entschädigung von 3.500 Talern zugesichert. 1815 trat das Fürstentum dem Deutschen Bund bei. Nachdem es 1807 Mitglied des Rheinbunds geworden war und damit bis 1813 unter der Protektion Napoleons gestanden hatte. Ab 1816 gab es eine Verfassung des Landes, die 1830 durch eine ständische Verfassung abgelöst werden sollte. Diese von Fürst Günther Friedrich Karl I. erlas seine Verfassung, erhielt aber keine Zustimmung im Land und er musste sie 1831 wieder aufheben. Der junge Fürst Günther Friedrich Karl II. gab dem Land 1841 eine Verfassung, aufgrund derer am 7. September 1843 die Eröffnung des Ersten Landtages stattfand. Unter Günther Friedrich Karl II. fand 1835 der Beitritt des Landes zum Deutschen Zollverein statt. Trotz verschiedener Reformen gab es 1848 auch in Schwarzburg-Sondershausen Unruhen, welche zur Folge hatten, dass im Herbst 1848 die Oberherrschaft von Sächsischen, die Unterherrschaft von preußischen Truppen besetzt wurde. Der liberale Friedrich Schopp wurde Chef der Märzregierung. Am 12. Dezember 1849 wurde eine freisinnige Verfassung verkündet. Durch Gesetz vom 18. März 1850 übernahm der Staat die Verwaltung der Kammergüter. Und der Fürst erhielt eine jährliche Zivilliste von 120.000 Talern. Am 8. Juli 1857 wurde die Verfassung konservativ umgestaltet. Und somit waren die zuvor beschnittenen fürstlichen Rechte im Wesentlichen wiederhergestellt. Als Schwarzburg-Sondershausen 1866 gegen die von Österreich im Bundestag des Deutschen Bundes beantragte Mobilmachung gegen Preußen gestimmt hatte, trat das Fürstentum dem neuen Norddeutschen Bund bei, wodurch 1867 die Militärhoheit an Preußen überging. Ab dem 18. Januar 1871 gehörte das Land dem Deutschen Reich an. Im Jahr 1909 starb Fürst Karl Günther von Schwarzburg-Sondershausen kinderlos und die Sondershäuserlinie erlosch im Mannesstamm. Gemäß dem Hausvertrag von 1713 übernahm Günther Viktor von Schwarzburg-Rudolstadt die Herrschaft. Bemühungen, einen Schwarzburger Gesamtstaat zu schaffen, scheiterten an den konservativen Kräften in Sondershausen. Lediglich einige gemeinsame Behörden und Einrichtungen wurden in Arnstadt gegründet. Der Erste Weltkrieg und die weitere historische Entwicklung beendeten diese Bemühungen. Mit Ende des Ersten Weltkriegs dankte am 25. November 1918 Fürst Günther Viktor als letzter deutscher Monarch ab. Und dem Fürstentum folgte der Freistaat Schwarzburg-Sondershausen. An die Stelle der fürstlichen Regierung traten provisorisch ein Ministerium und ein Landesrat mit dem Landtagspräsidenten Wilhelm Beerwinkel an die Spitze. Der letzte Fürst verstarb 1925 in Sondershausen, seine Gemahlin Anna Luise von Schwarzburg verstarb 1951 eben da. Sie war neben dem Herzog Ernst II. von Sachsen-Altenburg und der geschiedenen Frau von Ernst II. Adelheid, die zweite ehemalige Fürstin, die in der DDR blieb. Verfassung, politisches Leben und Stellung im Deutschen Reich. Die am 8. Juli 1857 verkündete und bis zur November-Revolution gültige Verfassung als Landesgrundgesetz bezeichnet, sah einen Landtag mit einer Kammer und eine Legislaturperiode von vier Jahren vor. Sechs Mandate konnte der Landesherd durch Ernennung auf Lebenszeit vergeben, je drei für Ober- und Unterherrschaft. Weitere sechs Abgeordnete wählten jene 300 Wahlberechtigten, die die höchsten direkten Staatssteuern entrichteten. Unmittelbar in einem einzigen Wahlgang, die restlichen Wahlberechtigten bestimmten in allgemeinen indirekten Wahlen nochmals sechs Abgeordnete. Bei diesen Wahlen war jeder männliche Landeseinwohner stimmberechtigt, der 25 Jahre alt war und keine Steuerschulden hatte. Passives Wahlrecht bestand für männliche Landeseinwohner nach Vollendung des 30. Lebensjahres. Neben den Abgeordneten hatte auch der Landesheld das Recht, Gesetzesvorschläge einzubringen. Das Budgetrecht des Landtages war eingeschränkt, er durfte Deckungsmittel für bestimmte Ausgaben nicht verweigern. Tagungsort des Landtages war Sondershausen. Alles in allem war das eine Verfassung, die zu den rückständigsten im Reich zählte. Strukturell garantierte sie eine stabile Zweidrittelmehrheit von Abgeordneten, die lediglich rund 1% der Gesamtbevölkerung repräsentierten. Hinzu kam, dass der Landtag als beschlussfähig galt, wenn Zweidrittel der Abgeordneten anwesend waren. Damit konnten die Zwölfe durch Ernennung oder über den Wahlzensus bestimmten Abgeordneten bei Bedarf jederzeit durch Auszug oder fernbleiben. Beschlussunfähigkeit herstellen, während derlei den sechs durch allgemeine Wahlen bestimmten Abgeordneten nicht möglich war. Jede Änderung des Landesgrundgesetzes bedurfte der Zustimmung von zwei Dritteln der Abgeordneten und war damit de facto ausgeschlossen. Verwaltung und konservative Landtagsmehrheit hielten bis zuletzt verbissen am etablierten Landtagswahlrecht fest. 1916 ließen sie die letzte ernste Rudolstädter Initiative, die Schwarzburger Fürstentümer in einem Staat zusammenzufassen, wesentlich an dieser Frage scheitern. Erst am 12. November 1918 sprachen sich die Staatsregierung und die Mehrheit der Abgeordneten für die Einführung eines allgemeinen, freiem und gleichem Stimmrechts aus und dies auch nur um dem revolutionären Druck die Spitze zu nehmen. Schwarzburg-Sondershausen hatte eine Stimme im Bundesrat und entsandte einen Abgeordneten in den Reichstag. Die Reichstagswahlen waren im Fürstentum seit 1890 in der Hauptsache Auseinandersetzungen zwischen Sozialdemokraten, die sich erst seit 1908 legal organisieren konnten, da politische Arbeitervereine bis dahin im Fürstentum verboten waren und Nationalliberalen. Letztere holten, obwohl die SPD bei der Reichstagswahl 1912 mit 44. 8% der Stimmen im ersten Wahlgang schließlich deutlich zur stärksten Partei wurde, regelmäßig das Mandat. Da sich bei der fälligen Stichwahl alle konservativen Wähler hinter sie stellten, um einen sozialdemokratischen Abgeordneten zu verhindern. Von 1903 bis 1918 vertrat Felix Bärwinkel den Wahlkreis im Reichstag. Auffällig stark waren die antisemitischen Parteien, die 1903 25,3% und 1912 19,9% der Stimmen erhielten. Das Militär des Fürstentums war seit dem Vertrag mit Preußen vom 18. August 1866 in das Infanterieregiment Nummer 71 eingegliedert. Das Nie-Bataillon war in Sondershausen garnisoniert. Für die Gerichte des Landes siehe, Gerichte im Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen. Wappen Schildhalter des Wappens des Fürstentums Schwarzburg-Sondershausen ist links ein wilder Mann, rechts ein weibliches Padder. Der stark gegliederte Hauptschild macht den Streubesitz deutlich. Der Hauptschild ist gespalten und ist von einem schmalen, blau-golden-schwarz schräg gestückten Kreuz überdeckt, das bis zum Schildfuß reicht. Feld 1 und 4 der linken Hälfte zeigen in Gold einen schwarzen, goldbewehrten und rotgezongten Adler, der für die Herrschaft Arnstadt steht. Feld 2 und 3 der linken Hälfte zeigen in Silber ein rotes Hirschgeweih von 2 x 6 mit Greint, welches die Herrschaft Sondershausen symbolisiert. Der Herzschild der rechten Schildhälfte ist im Blau ein goldener, hersehender Löwe, golden gekrönt und rotgezongt und doppelschweifig. Er steht für Schwarzburg. Feld 1 und 4 der rechten Hälfte sind rot-silberngeschacht und stehen für die Grafschaft Hohenstein. Feld 2 und 3 stellen in rot über vier goldenen Balken einen goldenen, doppelschwänzigen Löwen mit roter Zunge und eben solcher Bewährung da und stehen für die Grafschaft Lauterberg. Im Herzschild der linken Schildhälfte ist in Silber ein schwarzer schreitender Hirsch, der Klettenberg symbolisiert zu sehen. Über dem Hauptschild befinden sich sechs Helme. Die Grafen und Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen 1571 bis 1909. Aus der Gebietsteilung nach dem Tod des Grafen Günther X. Helle. Von Schwarzburg ging die Grafschaft und Seitenlinie Schwarzburg-Sondershausen neben Schwarzburg-Arnstadt. Schwarzburg-Frankenhausen und Schwarzburg-Rudolstadt hervor, mit der Erhebung der Grafen Christian Wilhelm und Anton Günther II. In den Fürstenstand im Jahre 1697 durch Kaiser Leopold I. begann die Linie der Fürsten in Schwarzburg-Sondershausen. Die Grafen von Schwarzburg-Sondershausen 1571 bis 1586. Graf Johann Günther I. Sohn Günthers X. L. von Schwarzburg. 1586 bis 1593 vormundschaftlich die Grafen Antony und Johann VII. von Oldenburg. 1593 bis 1642 Graf Günther X. L. I. regierte gemeinsam mit seinen Brüdern Anton Heinrich Johann Günther II. und Christian Günther I. kinderlos. 1594 bis 1638 Graf Anton Heinrich kinderlos. 1600 bis 1631 Graf Johann Günther II. kinderlos. 1601 bis 1642 Graf Christian Günther I. 1642 bis 1666 Graf Christian Günther II. zu Arnstadt regierte die Oberherrschaft mit Residenz in Arnstadt ohne Erben. 1642 bis 1616 Graf Anton Günther II. 1642 bis 1681 Graf Ludwig Günther II. zu Ebeleben regierte Teile der Unterherrschaft mit Residenz in Ebeleben ohne Erben. 1666 bis 1716 Graf Anton Günther II. zu Arnstadt regiert gemeinsam mit seinem Bruder Christian Wilhelm kinderlos. 1666 bis 1720 Graf Christian Wilhelm 1697 Erhebung Schwarzburgs in den Reichsfürsten stand. Die Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen 1666 bis 1716 Fürst Anton Günther II. zu Arnstadt regiert gemeinsam mit Christian Wilhelm. 1666 bis 1720 Fürst Christian Wilhelm 1697 Erhebung Schwarzburgs in den Reichsfürsten stand, führt die Primogenetur ein. 1720 bis 1740 Fürst Günther II. der bis zu seiner Ernennung zum Fürsten den Namen Graf Günther XLII. trug. 1740 bis 1758 Fürst Heinrich 1758 bis 1794 Fürst Christian Günther III. 1794 bis 1835 Fürst Günther Friedrich Karl I. 1835 bis 1880 Fürst Günther Friedrich Karl II. 1880 bis 1909 Fürst Karl Günther, kinderlos. 1909 bis 1918 Fürst Günther Viktor von Schwarzburg-Rudolstadt führte das Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen in Personal-Union. Bevölkerungsentwicklung 1871 bis 1919 Nach der Gründung des Deutschen Reichs 1871 kam es auch im Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen zu einer verstärkten Industrialisierung und damit einhergehend zu einem starken Bevölkerungswachstum, was sich wie folgt darstellt. 1871 zu 67 Einwohner 1880 zu 71 Einwohner 1900 zu 80 Einwohner 1910 zu 89 Einwohner 1919 zu 92 Einwohner 1905 wurden in der Oberherrschaft 45.100 Einwohner und in der Unterherrschaft 40.052 Einwohner gezählt. 83.389 Einwohner legten ein evangelisches 1521 ein katholisches Glaubensbekenntnis ab. Die kleine jüdische Gemeinde zählte 195 Mitglieder. Orte mit über 2000 Einwohnern außerdem lagen 1910 im Vergleich zu 1852 folgende Orte über der Marke von 2000 Einwohnern. Stadt Langewiesen, Stadtgären und Gemeindegeschwender Wirtschaft und Gesellschaft Neben der traditionellen Landwirtschaft und der im waldreichen Bezirk Gären betriebenen Forstwirtschaft entstanden im Fürstentum in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts auch viele industrielle Produktionsbetriebe. Erwähnenswert sind die Kalibergwerke in der Unterherrschaft, die Herstellung von Textilwaren und Handschuhen sowie die Steingut- und Porzellanindustrie vor allem in der Oberherrschaft. 1907 arbeiteten 28,7 Prozent der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft, 48,2 Prozent in der Industrie und 9,8 Prozent in Handel und Verkehr. 1905 wurden 56,8 Prozent der Gesamtfläche des Fürstentums als Acker- und Gartenfläche, 4,6 Prozent als Wiese und 31 Prozent als Forst deklariert. Als Fidei-Kommissarisches Privateigentum des Herrscherhauses wurden 7704 Hektar Domänen und 17.235 Hektar Forsten vom Staat verwaltet. Aus den Einkünften dieses Kammerguts stand dem Landesherrn eine jährliche Domänenrente von 500.000 Mark zu.